Gedanken Kompass, der Podcast zur mentalen Intelligenz, denn Erkennen ist krasser als Tun. Ich bin aus Hamburg, hier ist der Jan. Ich sitze hier und gucke aus meinem Fenster und die Sonne geht gerade über Hamburg auf. Du kannst dir also vorstellen, es ist noch sehr früh am Tag und dazu habe ich eine gute Tasse Kaffee und es ist wie so ein magischer Moment. Ein magischer Moment des Morgens. Und so kennen wir alle so magische Momente in unserem Leben, oder? Also so Momente, die nicht nur schön waren oder wunderschön waren, sondern so richtig magisch. Vielleicht so ein Sonnenuntergang im Süden. Du liegst am Strand und die Sonne geht flammend im Meer unter. Oder der erste Kuss. Wer von euch kann sich an den ersten Kuss erinnern? Ich glaube, das war eine meiner erfolgreichsten Podcast-Folgen, die ich genannt habe, der erste Kuss. Oder so richtige magische Momente in eurem Leben. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Wäre schön, wenn? Denn unser Gehirn mag Magie. Unser Gehirn sucht quasi Magie. Magie in Form von Schönheit, in Form von Erfüllung. Und dein Gehirn braucht das wirklich wie eine Droge. Und du siehst schon daran, dass wir Menschen auch so eine Art Magie brauchen. Etwas, womit wir uns die Welt erklären können. Allerdings auch wunderschöne Momente, indem wir Magier schon immer cool gefunden haben. So Magie haben wir immer schon cool gefunden. Es gibt also tatsächlich schon Texte aus dem alten Babylon vom König Darius. Oh Gott, oh Gott. Daraios, dem Ersten, genau. Der hat ungefähr 522 bis 486 vor Christus gelebt und hat eine Inschrift rausgebracht. So eine Bistun-Inschrift, eine Keilschrift. Und da spricht er das erste Mal von einem Magier. Er nennt ihn Maga. Der Mann heißt Maga Gaumata. So, jetzt haben wir es. Magier Gaumata. Und das heißt doch für uns alle, dass wir immer schon an magische Momente, an magische Augenblicke, an magische Zeichen geglaubt haben. Dass unser Gehirn da wirklich hinterher war. Und das liegt auch daran, weil unser Gehirn gute Gefühle braucht. Also unser Gehirn braucht tatsächlich eine Erfüllung, erfüllte Gefühle. Und erfüllte Gefühle bekommen wir meist, wenn wir Entscheidungen treffen. Und gute Gefühle bekommen wir meist, wenn wir unseren Weg gehen. Und es ist gerade ein bisschen unschwer mitzubekommen, wenn du hier meinen Podcast hörst, dass ich ja mit in einem Buch mitgewirkt habe, dem Atlas der Entscheider. Und ja, wir sind jetzt schon Amazon-Bestseller seit dieser Woche. Also ich darf mich jetzt schon Amazon-Bestseller-Autor nennen. Das zum Thema Zertifikate. Da habe ich ja auch eine Menge drüber gesprochen, auch in den Interviewten. Nur, wie ist denn das gekommen? Wie ist es gekommen, dass ich plötzlich mich Amazon-Bestseller-Autor nennen kann? Wie ist es gekommen, dass ich auf einmal ein Buch mitgeschrieben habe? Wie ist es gekommen, dass ich auf einmal so viele tolle Co-Autoren habe und neue Verbindungen knüpfe und jetzt am nächsten Wochenende in Frankfurt bin? Ja, ich habe eine Entscheidung getroffen. Und Entscheidungen zu treffen ist etwas, was in dieser Welt ganz offensichtlich den Menschen immer schwerer fällt. Und das ist nicht gehirngerecht übrigens. Komme ich später nochmal auf den Anfang meines Podcasts zurück. Also Entscheidungen zu treffen, sich mal festzulegen oder einen Weg einzuschlagen, ist in der heutigen Zeit für viele eine große Herausforderung. Auf unserem Buchcover hinten steht etwas über Entscheidungen treffen. Es steht, sich festzulegen und einen Weg einzuschlagen, das bedeutet ein klares Ja zu einem und ein ebenso klares Nein zum anderen. Auf dem Weg dorthin liegen Zweifel, Angst, innere Zerrissenheit, Konflikte mit anderen und in letzter Konsequenz die Sichtbarkeit der bezogenen Position. Ob in Lebensentscheidungen, Beziehungen, dem Berufsleben oder im Unternehmeralltag immer mehr Menschen schrecken vor der Wahl einer finalen Option zurück. Zeitdruck, sozialer Druck und ein Überfluss an Möglichkeiten lösen Stress und zugleich ein mangelndes Selbstwertgefühl bei denen aus, die Entscheidung weiter aufschieben. Der Atlas der Entscheider erzählt die Geschichte derer, die ihren Weg entschieden gehen, die Entscheidungskriterien für sich gefunden haben und teilen, damit zur rationalen, guten Entscheidung auch das gute Gefühl kommt. Denn auch in Zukunft entsteht keine Veränderung ohne Entschluss. Das hat die liebe Johanna Darm geschrieben und sie sagt sehr viele weise Dinge darin. Entscheidungen treffen bedeutet, du brauchst einen Standpunkt. Ein Standpunkt bedeutet aber auch, dass du wissen musst, wohin du willst. So, jetzt wusste ich nicht, wohin ich wollte, als ich damals meine Geschichte erzählt habe in der Nacht der Entscheider und ich wusste auch nicht, dass da ein Buch rauskommt und ich wusste auch nicht, dass ich jetzt nach Frankfurt fahre, sondern ich habe einfach meine Geschichte erzählt. Ich wollte andere inspirieren und da lag meine Entscheidung. Meine Entscheidung lag dahingehend zu sagen, ich inspiriere andere. Und ja, wenn du eine Entscheidung fällst in deinem Leben, kannst du nie wissen, welche Türen aufgehen. Du kannst nie wissen, ob diese Entscheidung deinen Weg im Leben verändert. Doch wenn du nicht weißt, wie dein Weg in deinem Leben ist, ist das ja meistens auch egal. Und da kommen wir wieder aufs Gehirn hin. Wenn es egal ist, brauchst du keine Entscheidung treffen, denn, wie ich eben schon vorgelesen habe, du musst Positionen beziehen. Du wirst sichtbar vor anderen dir auch sagen können, was hast du denn da gemacht? Und dementsprechend sagt dein Gehirn, ich spare mir die Energie, ich treffe eben keine Entscheidung. Ich schiebe auf, ich mache einfach gar nichts. Ja, ich bleibe einfach in meinem alten Muster. Und das, ja, das ist für viele von euch da draußen gerade mal nicht ganz so toll. Oder aber, ja, zu sagen, ich habe so viele Möglichkeiten. Ich bin ja ein Freund von Möglichkeiten. Das bedeutet aber auch, ich habe gelernt, was es heißt, Möglichkeiten zu haben abzuwägen im NLP. Ich habe ja eine NLP-Ausbildung, mehrere NLP-Ausbildungen. Und ich habe gelernt, dass es gut ist, viele Möglichkeiten zu haben. Doch für die meisten sind so viele Möglichkeiten, die sie haben, irritierend. Es ist, ja, wie so ein Regal voller Möglichkeiten. Also, ich sage mal, du willst Erbsensuppe essen und hast so ein Regal mit 50 verschiedenen Sorten. Ja, welche Erbsensuppe nimmst du denn da? Ja, wie triffst denn du eine Entscheidung? Und auch hier wieder bedeutet es, zu sagen, wo will ich hin? Was ist mein Weg? Denn wenn ich weiß, zum Beispiel, ich möchte keinen Zucker haben, kein Zucker in der Erbsensuppe, dann schließen sich von 30 bis 50 Erbsensuppen, die in so einem Regal stehen, ich glaube mal gleich 48 aus. Ja, sind die gleich schon mal weg. Denn in den meisten Dosen, die wir ja hier kaufen, ist ja unfassbar viel Zucker drin. Und das bedeutet für dich, erkenne deinen Weg, erkenne dein Ziel, setz dir Ziele. Das sagen wir Coaches ja ständig. Denk groß, visualisiere eine Vision und kenne deinen Weg. Kenne doch mal den Weg, den du gehst, damit du nämlich Entscheidungen treffen kannst. Dein Gehirn braucht magische Momente. Dein Gehirn braucht Magie. Es braucht das gute Gefühl. Hollywood, was weiß das jetzt? Oh Gott, seitdem es Hollywood gibt. Ja, die wissen das. Werbung weiß es auch. Warum heißt es denn Sex sells? Und ja, liebe Frauen, auch bei euch. Ja, da braucht ihr keine Ausnahme machen und sagen hier immer nur die Männer. Das könnte ja völlig knicken. Ich durfte ja auch mal schon mal mehrfach Zeuge sein von Frauengesprächen und ich kann euch eins sagen, liebe Männer, da sind wir ganz schön harmlos. So, nur einmal dahingehend. Sex sells. Euer Gehirn braucht positive Gefühle. Euer Gehirn braucht eine positive Grundstimmung, um Entscheidungen zu fällen, um auch gut fürs Leben da zu sein, um Bodenstoffe auszuschütten, damit ihr euch glücklich fühlt. Und Menschen, die keine Entscheidungen fällen, die sind in der Regel völlig unglücklich. Also kannst du dich jetzt hier nochmal reflektieren. Bist du überwiegend glücklich? Oder eben nicht? Und wenn nicht, könnte es ruhig daran liegen, dass du keine Entscheidung triffst. Und jetzt könntest du sagen, ja, ja, unsinnig, jeden Tag treffe ich ja zigtausende Entscheidungen, stimmt, gebe ich dir recht, tust du. Die meisten sind nur nicht für dich. Und dein Gehirn ist ja nicht doof. Denn die Magie unseres Gehirns, die ist ja bis heute nicht ganz erforscht. Wir wissen nur so wenig über das Gehirn. Wir kennen so ein paar Teile und wir wissen, dass wir Nervenbahnen platzieren können und aufbauen können, dadurch, dass wir neues Wissen haben. Wir wissen, dass wir es trainieren können. Das wissen wir alle schon. Doch wir wissen zum Beispiel auch noch gar nicht, warum wir nicht 100 Prozent des Potenzials des Gehirns ausnutzen. Das wissen wir nicht. Wir wissen gar nicht, zu was wir wirklich noch fähig sind. Also noch mehr fähig sind. Und das, was wir wissen, ist, dass unser Gehirn die Art und Weise, wie wir denken, uns von Tieren unterscheidet. Dass wir Gestalter sein können. Das wissen wir. Und dieses Wissen solltest du anwenden. Und du solltest auch dieses Wissen anwenden, um einfach mal für dich in die Reflexion zu gehen, damit du auch weiterhin lernen kannst. Und dir zu überlegen, wo treffe ich eigentlich Entscheidungen? Und eine Entscheidung zu treffen, bedeutet auch, keine Entscheidung zu treffen. Also wo triffst du keine Entscheidung für dein Leben? Wo triffst du keine Entscheidung, die vielleicht schon längst anliegt? Bei vielen kann es durchaus sein, dass da eine Entscheidung schon seit einer Woche liegt oder einem Monat oder zwei Jahre. Ich kenne Pärchen, die leben so nebeneinander her. Da ist die Entscheidung, dass da eine Trennung sein soll, schon vor Jahren innerlich gefallen. Aber sie finden natürlich 22.000 Ausreden, das nicht zu tun. Oder ich kenne Menschen, die in ihren Jobs versauern. Ich kenne Menschen, die an ihren Jobs festhalten, weil sie keine Entscheidung treffen. Aus Angst. Aus dem Gedanken heraus, ich habe doch keine andere Wahl. Merkste, ich habe keine andere Wahl. Das ist ganz schön schlimm. Deswegen bin ich ja ein Freund von Möglichkeiten. Denn wenn du sagst, ich habe hier fünf Möglichkeiten, ist die Entscheidung, die du fällst, viel leichter, als wenn du nur eine Möglichkeit, also einen Weg kennst. Und dementsprechend erleichtere doch dir und deinem Hirn mal euer Leben. Und treff doch mal eine Entscheidung. Und schau doch mal, was du für Herausforderungen, für Probleme im Leben hast, wo du eben keine Entscheidung triffst. Und nochmal meine Einladung an dich. Der Problemkostenrechner bei mir auf der Seite www.janschmiedel.coach Problemkostenrechner Einfach mal drauf gehen und dann einfach mal deinem Problem oder deiner Nichtentscheidung oder der Entscheidung, eben etwas nicht zu tun, gib dem Ganzen doch mal einen Geldwert. Und wenn du sagst, ja, Geld wert, Geld wert, immer mehr, immer, immer Geld. Ja, Geld. Geld regiert die Welt. Und wenn du in die Nachrichten guckst und wenn du rausgehst, wirst du sehen, dass Nächstenliebe etwas weniger zählt in dieser Welt als Geld. Und dementsprechend ist dein Gehirn jetzt schon darauf einprogrammiert, umprogrammiert worden, dass es sowieso in Geld denkt. Also nutz doch die Kraft deines Gehirns und gib deinem Problem einen Geldwert. Und dann guck doch mal, was dich deine Nichtentscheidung oder deine Entscheidung, etwas nicht zu tun, jeden Tag, jeden Monat kostet. Also nur, wenn du Mut hast, denn das könnte eine ziemlich hohe, ja, eine sehr, sehr, sehr hohe Zahl sein. Und nochmal, das könnte allerdings auch der erste Schritt sein, dass du eine Entscheidung fällst, denn ja, es braucht Mut, sich einzulassen, seinem Problem ein Geld wert zu geben und tatsächlich diesen Problemkostenrechner auszutesten mal für sich selber. Und jede Entscheidung, die du fällst, braucht Mut, auch zu sagen, ich inspiriere Menschen. Ich habe im Atlas, der Entscheider, eine sehr, sehr, sehr private Geschichte von mir erzählt. Geht ums Leben. Und ich kannte die Leute nicht, vor denen ich das erzählt habe und die Leute hätten mich auch auslachen können. Und die hätten mich auch nicht ernst nehmen können. Die hätten sagen können, ach Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das denn für ein Typ? Trotzdem habe ich diese Geschichte erzählt. Und trotzdem habe ich eine Entscheidung gefällt, dass es Zeit ist, diese Geschichte zu erzählen. Und dementsprechend wünsche ich dir, dass du eine Entscheidung fällst, deine Geschichte zu erzählen. Vielleicht ja mir. Dann kannst du dich melden. Und dann können wir mal gucken, wie du weiter Kapitän deines Lebens bist und deine Geschichte weitererzählst, dass du Entscheidungen triffst für dich und dein Leben. Du siehst, dieses Buch, Atlas der Entscheider, hat ganz viel auch mit gehirngerechter Anwendung zu tun. Das hat ganz viel mit glücklich sein zu tun. Das hat ganz viel mit mentaler Intelligenz zu tun. Für heute sage ich, spür mal die Magie des Lebens, deine Magie, indem du dich reflektierst und mal schaust, wo treffe ich keine Entscheidung und warum mache ich das nicht. Heute sage ich, bis dann. Bis dann. Bis dann.